Olaf Scholz' Haltung ist der eigentliche Skandal. Linksextremistische Gruppe bekennt sich zum Anschlag. Das wird krass jetzt. So, und jetzt können wir die Nachrichten rein. Seit Monaten kündigt die Regierung ein Rentenpaket an. Erstmals sollen Milliarden für die Rente in den Aktienmarkt fließen. Das wird krass jetzt. Nach monatelangen Vorbereitungen will die Bundesregierung ihr Rentenpaket auf den Weg bringen. Mit der Einführung eines Aktienkapitals soll erstmals eine neue Finanzquelle für die gesetzliche Rentenversicherung geschaffen werden. Langfristig soll dies Beitragszahler und den Bundeshaushalt entlasten. Hierfür soll bis Mitte 2030 ein Kapitalsstock von mindestens 200 Milliarden Euro aufgebaut werden, die die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Regierungskreise berichtet. Aus den Erträgen sollen Zuschüsse an die Rentenversicherung fließen. Die Tagesschau gibt jetzt so ein paar Fragen durch, einfach damit man das mal sagen kann. Warum gibt es überhaupt ein Rentenpaket? Millionen Babyboomer mit den Geburtsjahren in den 1950er, 60er Jahren wechseln in den Ruhestand. Sie werden von Einzahlenden zu Rentnerinnen und Rentnern. Deswegen dürfte die Absicherungsniveau der Rente in den kommenden Jahren sinken. Und der Beitragssatz dürfte steigen. Nun geht es darum, das Rentenniveau, das das Verhältnis von Rentenhöhe zum Lohn angibt, dauerhaft zu sichern. Auf dem Kapitalmarkt soll zudem Geld angelegt werden, dessen Erträge für die Stabilisierung der Beiträge genutzt werden. Aus dem Finanzministerium hieß es, am Montag ab Mitte 2030er Jahre könnten so jährlich im Schnitt 10 Milliarden Euro zusätzlich an die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Werden Rentner damit automatisch zu Aktienbesitzern? Nein. Es geht bei den Plänen der Koalition für das sogenannte Generationskapital nur um das Geld des Staates. Das soll aus unterschiedlichen Quellen kommen. Zum einen will die Regierung in diesem Jahr erst einmal 12 Milliarden Euro aus öffentlichen Darlehen auf dem Kapitalmarkt anlegen. Das Geld kann aufgenommen werden, ohne dass es auf die Schuldenbremse angerechnet werden muss. Praktisch. In den kommenden Jahren soll es dann jeweils noch etwas mehr werden. Genauer. Die Zuführungen sollen jährlich um 3% anwachsen. Außerdem sollen bis 2028 noch Vermögenswerte des Bundes in Höhe von 15 Milliarden Euro übertragen werden. Insgesamt sollen bis Mitte 2030 200 Milliarden Euro zusammenkommen. Ausdrücklich nicht geplant ist, dass Rentenbeiträge in Aktienflanz fließen. Nächste Frage. Wie sicher ist das Geld an der Börse? Finanzmärkte sind immer volatil und spekulativ. Deshalb sahen vor allem die Grünen die Pläne zunächst skeptisch. Die grünen Rentenexperte Markus Krut brachte im vergangenen Sommer das Beispiel des bereits existierenden Staatsfonds zur Finanzierung der Atommüllentsorgung. Kenfo. Dieser Fonds habe 2022 einen Verlust von 12,2% eingefahren. Aus Sicht vieler Sozialverbände kann man so etwas beim Thema Rente nicht riskieren. Zitat. Die gesetzliche Rentenversicherung ist denkbar ungeeignet, um damit an der Börse zu spekulieren. Warn zum Beispiel Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Verbands. Warn zum Beispiel. Darauf verweist auch das Finanzministerium. Das Geld solle langfristig breit diversifiziert und global angelegt werden. Historische Betrachtungen und Untersuchungen zeigen, mit einer solchen Anlagestrategie können in der Vergangenheit zuverlässig positive Renditen erzielt werden, argumentiert das Ministerium. Außerdem gilt, sollten die Aktienkurse sinken und die Anlage weniger Rendite abwerfen, soll dies vom Bund kompensiert werden. Nächste Frage. Ist das die von der FDP im Wahlkampf beworbene Aktienrente? Nein. Die FDP hatte im Wahlkampf 2021 dafür geworben, dass zwei Prozent des Einkommens in einer kapitalgedeckten Vorsorge gesteckt werden. Um privates Geld geht es jetzt erst einmal nicht. Doch die FDP hat ihre Idee noch nicht aufgegeben. Die Rentenreform könnte nur ein erster Schritt sein. Das Modell könne zum Beispiel so erweitert werden, dass die Menschen zusätzlich individuell auch ihre Beiträge in den Kapitalstock einzahlen können. Zitat. Eine solche Lösung war innerhalb der Koalition nicht durchsetzbar. Sie könne aber in einem nächsten Schritt realisiert werden, heißt es im Finanzministerium. Ja. Also wie nennt man das? Das ist jetzt also nicht die Aktienrente, aber irgendwie ist es das doch. Hm. Es kommt auf jeden Fall ein neues Rentenpaket. Und wir werden uns die nächsten Tage noch Stimmen aus Medien und Berichten anhören, wie sie das finden oder wie sie das nicht finden. Ich bin kein Freund von einer aktiengetriebenen Rentenabsicherung. Allerdings ist es so, dass wenn wir bei der Rente oder bei dem Rentenpaket nicht etwas ändern, ist es zum Scheitern verurteilt. Das steht fest. So wie es aktuell läuft, kann es halt einfach nicht laufen. Nicht langfristig. Und das, was ich jetzt lese, würde zumindest nicht die Rentnerinnen und Rentner betreffen, wenn da irgendwas schiefläuft. Sondern es würde halt vom Bund kompensiert werden müssen. Und ich glaube, das ist okay. Wenn das in irgendwelchen ETFs hochdiversifiziert sitzt und das raucht alles ab, dann hat man andere Probleme als die Rente. True. True. Also lassen wir es einfach erstmal geschehen. Lassen wir es über uns ergehen. Nach Stromausfall linksextremistische Gruppe bekennt sich zum Anschlag. Im Umfeld der Tesla Gigafactory in Grünheide hat es einen Anschlag auf die Stromanlagen gegeben. Crazy. Nach Konzernangaben steht die Produktion seither still. In einem Schreiben bekennen sich eine linksextremistische Gruppe zu dem Anschlag. Die als linksextremistisch eingestufte Vulkangruppe hat sich zu einem Anschlag auf die Stromversorgung nahe der Tesla-Fabrik bei Berlin als Protest gegen den US-Auto-Bauer bekannt. Zitat. Wir haben heute Tesla sabotiert, hieß es in einem Schreiben der Gruppe vom Dienstag. Die Polizei kündigte derweil an, die Echtheit des Bekennerschreibens noch zu prüfen. Das Bekennerschreiben liegt der Polizei vor. Ein brennender Strommast hatte in der Region nahe der Tesla-Fabrik zuvor für einen größeren Stromausfall gesorgt. Die Brandenburger Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts nahm die Ermittlungen auf. Der Stromausfall sorgte für einen Produktionsstopp bei Tesla. Zahlreiche Haushalte in der Region waren außerdem betroffen. Die Fabrik in Grünheide sei nach dem Vorfall zudem evakuiert worden, sagt eine Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Seit dem späten Dienstagvormittag läuft die Versorgung der umliegenden Gemeinden wieder. Dies teilte der Versorger Edis mit. Ausnahmen seien die große Industrieanlage selbst sowie ein Logistikzentrum. Edis-Experten seien vor Ort und bereiten die Reparatur des beschädigten Hochspannungsmastes vor, hieß es. Die Schadensstelle sei gesichert, die Reparatur beginne nach Freigabe durch die Ermittlungsbürger. Die Vulkan-Gruppe stand bereits im Jahr 2021 im Verdacht, einen Brandanschlag auf die Stromversorgung der Tesla-Baustelle verübt zu haben. Sie warf Tesla damals auf der linksradikalen Internetseite in die media.org vor. Tesla sei weder grün ökologisch noch sozial. Der Verfassungsschutz Brandenburg schrieb in einem Bericht 2021 über das Bekennerschreiben. Dort hieß es außerdem, in den vergangenen Jahren hatten mehrmals Linksextremisten als Vulkan-Gruppe Brandanschläge in Berlin verübt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilte den mutmaßlichen Brandanschlag scharf und forderte eine umfassende Aufklärung. Robert Habeck hat das übrigens auch gefordert. Einer solche Anschlag auf unsere Strominfrastruktur ist eine schwere Strafstaat, die durch nichts zu rechtfertigen ist, weil es sich hier um kritische Infrastruktur handelt. Also sowas anzugreifen, das ist wie damals diese Trottel von der Extinction Rebellion oder war es von der letzten Generation, die diese Ölpipelines zu- und aufgemacht haben, die da irgendwie rumgemacht haben. Also totale Katastrophe. In den Ermittlungen müssen geprüft werden, ob es politische Motive gäbe. Wenn sich ein linksextremistisches Motiv bestätigt, dann ist es ein weiterer Beleg, dass in der linksextremistischen Szene vor Angriffen auf kritische Energieinfrastrukturen nicht zurückgeschreckt wird, erklärte die Bundesinnenministerin. Und das ist vollkommen richtig, da tut sich diese Vereinigung kein Gefallen, denn wenn wir etwas gelernt haben, dass bei der Hufeisenfrage der Gesellschaft, was bekämpft man mehr, man definitiv besser und effizienter den Linksextremismus bekämpft. Oder wie sind diese ganzen erheblichen Aufwände bezüglich des RAF-Terrorismus, der auch zu Recht aufgedeckt wird, zu deuten. Also wenn es um Linksextremisten geht und wenn es um Rechtsextremisten geht, dann hat die Gesellschaft sich zur Aufgabe gemacht und auch die Justiz, da deutlich schärfer gegen Linksextremisten vorzugehen als gegen Rechtsextremisten. Und ich packe das Hufeisen jetzt schon mal weg, damit ihr nicht weiter sagt, aber Hufeisen, Hufeisen, Hufeisen. Nee, natürlich ist dieser Anschlag in keiner Art und Weise durch irgendwas zu rechtfertigen. Das ist ein terroristischer Anschlag auf kritische Infrastruktur, die eben nicht nur ein Tesla-Werk betrifft. Das jetzt mal dahingestellt, was ja auch schon nicht in Ordnung ist, betrifft das eben auch Leute im Umkreis, die dann halt auch ohne Strom da stehen. Es wird nicht lange dauern, bis wir erfahren, dass da unter Umständen irgendein Altepflegeheim betroffen ist oder irgendein Luftbeatmungsgerät und auf einmal läuft es auf Batterie oder so. Das wäre ziemlich whack. Das ist sehr crazy. Proteste von Bauern und Klimaaktivisten. Doppelmoral der Polizei. Gegen Klimaschützer geht die Polizei hart vor. Bauern aber können stundenlang illegal eine Bundesstraße blockieren und Unfälle verursachen. Huch! Huch! Die Polizei hat schon wieder im Umgang mit eskalierenden Bauernprotesten versagt. Auch zwölf Stunden nach Berlin einer illegalen Traktorblockade der Bundesstraße 5 bei Berlin versperrten Trecker am Montag alle Spuren Richtung der Hauptstadt. Zuvor waren laut Polizei fünf Autoinsassen verletzt worden, als ihre Wagen im Dunkeln in Misthaufen auf der Straße krachten. Das ist die Information, die wir gestern hatten. Dabei wäre es technisch kein Problem, blockierende Traktoren zu entfernen mit einem Abschleppwagen, wie er etwa für Bürste genutzt wird. Stattdessen ließ die Polizei sich stundenlang von einigen Treckerfahrern auf der Nase herumtanzen. Und das nicht zum ersten Mal. Im schleswig-holsteinischen Hafen Schützil stellte die Polizei nicht sicher, dass der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck trotz einer Blockade auf der Rückreise aus einem Urlaub eine Fähre verlassen konnte. Im baden-württembergischen Biberbach konnten die Grünen ihren politischen Aschermittwoch absagen, weil die Polizei eine teils gewaltige Demonstranten im Zusammenhang mit Bauernprotesten nicht unter Kontrolle hielt. Die Behörden in Brandenburg hätten also wissen können, dass sich manche Wutbauern sowie mit ihnen Verbündete, Querdenker und Rechtsradikale nicht an die Regel halten. Viel früher hätte die Polizei die Traktoren entfernen und die Blockade auf der Bundesstraße auflösen müssen. Wie gefährlich solche Aktionen sein können, hat sich vor kurzem in Frankreich gezeigt, wo bei einer Blockade aus Strohballen ein Mensch ums Leben bekommen ist. Klimaaktivisten dagegen fasst die Polizei hart an, obwohl sie niemanden gefährden. Wenn sie wie vergangene Woche eine Parole auf einer Wand ins Kanzleramt schreiben, werden sie brutal auf dem Boden fixiert. Als die letzte Generation noch auf illegale Straßenblockaden setzte, wurden Schmerzgriffe angewandt und Aktivisten auch schon mal in Präventionshaft genommen. Mittlerweile hat die Gruppe dies aus vielen Gründen fragwürdigen Aktionen aufgegeben. Aber die Polizei geht weiter unerbittlich gegen diese Aktivisten vor. Bauern und andere Ampelgegner hingegen heißt die Polizei auf Demonstrationen auch schon mal per Lautsprecher willkommen. Und wenn sie illegal handeln, bleibt sie zu lange untätig. Es ist höchste Zeit, dass die Polizei das Gesetz nicht nur gegen Gruppen konsequent durchsetzt, die Sicherheitskräfte als Flinks verorten. Sie muss auch gegen Regelverletzungen durch Demonstranten von rechts angemessen vorgehen. Alles andere ist Doppelmoral. Ironischerweise ist dieser Artikel das erste Mal, dass ich dazu was lese in dieser Form, denn das ist ja offenkundig schon eine ganze Weile zu betrachten. Also nicht mal wirklich lange und harte konservative Kräfte, lange und harte Kräfte können mir erklären, wie die Diskrepanz zwischen Blockaden durch Bauern und Blockaden durch Klimaprotestler aufgebaut ist. Also die einen haben Traktoren, die anderen kleben sich auf die Straße, aber ganz am Ende kann man schon sehen, dass das ein bisschen große Unterschiede gibt. Ich denke, wir sind hier schon ein bisschen an dem Punkt, an dem man sagen kann, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Fäser nach Abhöraktion haben Spionageschutz hochgefahren. Nach der russischen Abhöraktion gegen Offiziere der Luftwaffe, die auf Basis von individuellen Fehlverhalten oder Sicherheitslücken zu schließen sind. Also irgendwer hat sein Passwort nicht richtig geändert oder irgendwas, wo dann, naja, es liegt auf jeden Fall nicht an der Infrastruktur von der Luftwaffe. Das sagt zumindest der Verteidigungsminister. Nachdem diese Abhöraktion gegen Offiziere der Luftwaffe stattgefunden hat, diskutieren Regierung und Opposition weiter über notwendige Konsequenzen. Bundesinnenministerin Fäser unterstreicht die Abwehrbereitschaft deutscher Geheimdienste. Zitat, Putins Propagandaapparat will unseren Staat diskreditieren, die Meinungsbildung manipulieren und unsere Gesellschaft spalten, sagte die SPD-Politikerin. Zeitungen der Funk-Mediengruppe. All das wird Putin nicht gelingen. Weiter sagt sie, wir haben unseren Schutzmaßnahmen gegen Spionage und Desinformation weiter hochgefahren und reagieren laufend auf aktuelle Entwicklungen. Die Spionageabwehr beim Bundesamt für Verfassungsschutz sei personell und technisch deutlich verstärkt worden. Es bleibe ein wesentlicher Schwerpunkt der Spionageabwehr, die Aktivitäten der russischen Nachrichtendienste zu bekämpfen. An dieser Stelle muss ich einfach mal die Frage stellen, how the fuck waren die nicht hochgezogen? Ich meine, warum muss man die hochfahren? Warum waren die nicht hochgefahren? Der russische, die Ukraine ist jetzt nicht seit zwei Wochen so und dass das eskaliert und immer mehr eskaliert, ist jetzt auch nicht seit zwei Wochen so, sondern das passiert ja. Deswegen frage ich mich eigentlich, das was man sich so fragt, warum war das nicht schon hochgefahren und was macht eigentlich der militärische Abschirmdienst? How the fuck? What is happening? Fragen über Fragen. Mittlerweile macht die russische Regierung logischerweise mit dem Informationsmaterial Propaganda. Der gute alte Medjedev, der alte Atombombendroher, hat jetzt gesagt, Deutschland befreitet sich auf Krieg mit Russland vor. Während er alle zwei Wochen sagt, dass er die Welt mit Atomwaffen vernichten wird. Medjedev hat so einen Schaden. Gut, das auf jeden Fall von Faeser. Olaf Scholz' Haltung ist der eigentliche Skandal. Die Abhöraffäre um Marschflugkörper in der Ukraine ist aus britischer Sicht nicht das Problem. Viel enttäuschender, das mangelnde Rückgrat des Kanzlers gegenüber Putin. Man könnte verführt sein zu denken, dass die britische Regierung wütend sei auf die Bundesregierung angesichts gleich zweier peinlicher Leaks der vergangenen Tage. Da war als erstes das Leak, heißt es das Leak? Heißt es nicht der Leak? I don't know. Das der Bundeskanzler selbst darstellte, indem er deutlich machte, dass britische Soldaten in der Ukraine dabei helfen, Marschflugkörper einzusetzen. Was, so der Kontext, doch jeder vermeiden sollte, der nicht Kriegspartei werden will. Hinzu kam das abgehörte Gespräch der Luftwaffenoffiziere, in dem die Deutschen recht detailliert darüber sprachen, wie die Briten bei der Raketenhilfe auf dem Boden der Ukraine verfahren. Die britische Regierung hätte aber all das gern weiterhin elegante Ambiguag... Alter, was ist das für ein Wort? Ambiguität herrschen lassen. Sprich, es weder bestätigt noch dementiert. Okay. Loose lips sink ships, wie man auf der Insel weiß. Die teutonische Trampeleien des Kanzlers... Was ist das denn für ein Kommentar hier? Die teutonischen Trampeleien des Kanzlers lösten deshalb wenig Amüsiertheit aus. Zitat, ein Schlag ins Gesicht der Verbündeten, seien Scholz Äußerungen, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Unterhaus, Alicia Kearns. Zitat, wir wissen, dass auf Deutschland kein Verlass ist. Uff, true. Kommentierte der ehemalige Verteidigungsminister Ben Wallace angesichts der, wie er sieht, Unterwanderung des Landes durch russische Agenten. Diese Wut ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze ist ein bisschen unangenehmer. Man muss nicht tief kratzen an britischen Politikern dieser Tage, um zu merken, dass sich hinter dem Ärger auf die Leaks etwas verbirgt, das nicht nur in menschlichen Beziehungen deutlich gefürchteter ist als eigentlich ein Emotionsausbruch. Eine echt tiefe Enttäuschung über den Charakter des Partners. Diese Enttäuschung guckt daher, dass es Olaf Scholz einfach nicht gelingen will, gegenüber einem Bulli so aufzutreten, dass es sich aus britischer Sicht gehört. Ein Bulli ist jemand, der glaubt, Recht durch Rampeleien, Gesetz durch Gewalt und Fairplay durch Erpressungen ersetzen zu können. Einem solchen Bulli hat man nach gut englischer Tradition die Stirn zu bieten. Egal, ob er Hitler heißt oder die stärkste Armee aller Zeiten befiehlt oder Wladimir Putin, der Europa mit Atomschlägen droht. Und feurig, das ist die Antwort der Briten und damit sind die Nachrichten auch mehr oder weniger vorbei. Zack, 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 zack.